Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Make-A-Mauts und hier in diesem Kanal dreht sich alles um das Thema selbstgemachte Dinge. In diesem Video zeige ich dir, wie ich aus alten Dachlatten diese Balkonkästen hier gebaut habe. Zuerst habe ich die Dachlatten auf 44 cm und 86 cm geschnitten, weil dann genau 4 auf die Balkonweite passen. Die Höhe und die Breite der Latten beträgt 4 x 6 cm. Mit dem Exzenterschleifer habe ich die Dachlatten etwas geschliffen. Dann habe ich die Kanten auf allen Seiten mit Schleifpapier abgeflacht. Danach hätte ich eine gerade Stelle im Keller gesucht, um den Balkonkasten zusammenzubauen. Die rarste, was ich gefunden habe, war eine alte Tischplatte. Also ist alles etwas schief geworden. Aber ich finde es nicht so schlimm. Dann habe ich die Bretter abwechselnd hingelegt, wie ihr es hier ganz schön sehen könnt. Achtet darauf, dass die Bretter im rechten Winkel liegen. Die zweite Lage wird versetzt darauf gelegt. So können die Bretter zusammengeschraubt werden und es ist alles fest. Von außen sieht man keine Schraube. Dann habe ich vorgebohrt. Weil meine Schrauben nicht lang genug waren, habe ich mit einem großen Bohrer, der größer als der Schraubkopf ist, nochmal ein Stück tiefer gebohrt, damit ich die Schrauben versenken konnte und sie von der Länge gereicht haben. Das mache ich an allen vier Seiten. Und dann wird auch schon die erste Lage zusammengeschraubt. Nochmal alles gut ausrichten, bevor es angeschraubt wird und die Bretter schön zusammenhalten beim Bohren. Das mache ich wieder mit allen Seiten. Die nächste Lage wird wieder versetzt darauf gelegt, gebohrt und verschraubt. Achtet dabei darauf, dass die Schrauben etwas versetzt gebohrt werden. So ist der Balkonkasten eigentlich schon fertig. Aber ich wollte noch so ein Gitter dahinter und natürlich dürfen die Verzierungen nicht fehlen, die ich überall ausgeschnitten habe, wie ich es im Vlogvideo beim Balkon schon gezeigt habe. Die habe ich auch schon angestrichen. So wollte ich den Kasten aber nicht stehen lassen und so habe ich mir noch Füße aus Metall und Einschlagmuttern bestellt. Hier bestimme ich die Position und bohre ein Loch für die Mutter. Mit dem Hammer habe ich sie befestigt und den Fuß drauf geschraubt. Jetzt male ich die Kästchen noch an. Und schraube immer zwei zusammen, weil sie dann genauso lange sind wie die gekauften Gitter. Und dann wäre ich die Kasten, die Schrauben ausgeschüttetigt. Mittlerweile habe ich das auch schon angemalt und die Zierteile drauf geschraubt. Das heißt, ich muss sie nur noch anschrauben. Das habe ich mit einem Blech gemacht. Ich weiß, es ist nicht die schönste Art, aber für mich ist es so ok. Dann habe ich Untersätze und einen Topf gekauft und Pflanzen eingepflanzt. Kräuter wachsen hier auf meiner Terrasse besonders gut. Was meint ihr, kann sich doch sehen lassen, oder? Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und lass mir einen Kommentar da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.